Wir sind am 15. Oktober und jetzt sind wir wieder am Rapsfeld. Das schaut gar nicht einmal so schlecht aus. Das, dass wir null Ahnung gehabt haben und das mal ausprobiert haben. Da steht noch wenig. Da kommt gar nichts. Aber da drinnen... Da habe ich glaube ich das Gerät noch einmal umgestellt. Da schaut das recht gut aus. Schauen wir uns mal so ein Pflanzerl in der Nähe an. Der Damm springt auf. Er ist schon hart. Die Pistin kommen auch schon. Da drinnen ist feucht und locker. Es hat nur dicke Krusten. Vielleicht schafft es der andere da nicht durch. Na gut, werden wir weiter beobachten. Tschüss. Die Pistin kommen, da das nach dem diminuten lässt. Jetzt ist die Pistin kommen in zur Marse. Vielen Dank.